Hallo und herzlich willkommen meine Freunde, ich bin das Video-Geser und wir schauen uns jetzt gemeinsam mal den Starter-Bild für den Totenbeschwörer an für Season 18. Im Hintergrund seht ihr es schon, wir spielen das Seuchenset, da ist ja der Boni auf die Kadaver-Lanz, das bedeutet also die ganze Skillung ist mal prinzipiell nicht schlecht zum Farmen, muss man mal ganz klar so sagen. Hat auf jeden Fall Potenzial als Starter-Farm-Skillung, bis ihr das Lon-Set für Ratma und so weiter zusammen habt, ist es eine ganz gute Alternative vom Set-Boni her. Die Kombination mit dem neuen geänderten Captain-Set, was nochmal für CDR und auch für Schaden sorgt, wir gehen dann später nochmal auf die Sachen ein, dann zeige ich es euch nochmal im Detail, aber im Endeffekt, das in Kombination sieht mal vernünftig aus, Paragon-technisch haben wir hier ein paar Punkte vergeben und zwar, ich weiß jetzt nicht mehr genau wie viele, ich glaube es waren sogar fast 1000 oder so. Ja, das ist jetzt ein bisschen überdimensioniert für die Schwierigkeitsgrade und so weiter, aber ich möchte ganz klar sagen, dass der Neko in diesen Skillungen, Neko generell als Klasse, wenn ihr da alleine spielt, ihr braucht ein paar Paragon-Punkte und ein paar Schlüssel-Items, damit diese Skillung vernünftig funktioniert, ansonsten müsst ihr den Schwierigkeitsgrad runterdrehen, weil es macht nämlich überhaupt keinen Spaß mit der Klasse so rumzufarmen auf T, sei mal vielleicht 15, wenn das Gear nicht stimmt, wenn noch 0 Paragon vorhanden ist, weil ihr einfach immer umgedreht werdet. Also vertraut mir da einfach, reduziert die Schwierigkeitsstufe ein bisschen, sollten eure Werte zu stark davon abweichen, sollten die Gems noch nicht so weit oben sein, lieber ein paar Stufen niedriger spielen und dann regelt sich das von alleine. Der Speed ist definitiv vorhanden, also CDR ist hier wieder mal die Schlüsselkomponente, wie immer beim Neko, weil je mehr CDR wir haben, umso häufiger kriegen wir Land der Toten aktiviert, umso weniger Ressourcen verbrauchen wir und umso mehr Gegner können wir einfach platt machen. Also hier eine ganz klare Ansage, CDR über alles und natürlich noch ein Ingium dazu, so wie es bei der Farmskillung gehört, weil im Endeffekt ist es dann so, wenn ihr ein, zwei Elite-Bags erwischt, ist euer Land der Toten wieder ready, habt ihr es wieder praktisch durchgehend aktiv, tötet wieder ein, zwei Elite-Bags, heißt es wieder ready. Also es ist immer so eine Skillung, die von Elite zu Elite geht, alles was dazwischen ist, wird sowieso über die Kadaverlanze einfach weggemäht und mit Ingium ist dann das Ganze hier wieder bereit und wieder ready. In der Gruppe ist das Ganze natürlich äußerst effektiv, auch von dem Season-Thema her, weil beim Season-Thema die Kreise, da können wir uns reinstellen, da gibt es CDR-Kreise, das sind die Türkisen oder eben die Lilianen für mehr Schaden, das ist natürlich dann super effektiv, vor allem in der Gruppe, weil da habt ihr ja noch andere, die mitspielen, die vielleicht den ein oder anderen Elite töten und dann geht sich das Ganze wunderbar aus. Das ist auch wieder ready, also dass man hier weiterspielen kann und die Sachen dementsprechend wieder ready werden. Also hier mal, man kann natürlich alleine Neko spielen, aber in der Gruppe wird die Stärke wesentlich besser genutzt, besonders am Anfang. Dann, wenn ihr mal ein bisschen Gier habt, wie ihr es im Hintergrund seht und ein bisschen Paragon habt, dann ist das kein Thema mehr, dann könnt ihr das Ganze entspannt zum Farmen nutzen. Auch mal hier später nochmal der Hinweis, also das ist so zum Einstieg die Skillung in die Season, später mal muss ohnehin Lon gespielt werden. Also Lon Radma dominiert wieder alles oder sonst vielleicht den Dornen-Bild bzw. den Lanzen-Bild, alles mit den U-Elden-Items und dem neuen Game gespielt. Ja, und ich würde sagen, nach dem Gemetzel schauen wir uns mal für den Starter-Bild des Negros an, was wir denn hier so für Talente haben und natürlich die Items. Also natürlich ein volles Set-Rube des Seuchensuers, also Gewandung des Seuchengebiet, das ist ja das Starter-Set, kombinieren wir auf jeden Fall mit den Captains. Mit denen kriegen wir nochmal CD-R dazu, was natürlich für den Bild sehr, sehr wichtig ist, vor allem am Anfangs lange noch kein Ingiom habt. Ihr wisst ja, der Neko ist zwar eine gute Klasse, aber man braucht immer ein bisschen Gier und ein bisschen Paragon, damit das Ganze funktioniert. Ansonsten ist es am Anfang ein bisschen mühselig, in der Gruppe ist es besser, weil da teilt sich der Schaden ein bisschen auf, weil die Gegner auch noch andere Leute angreifen. Aber hier ist natürlich in der Starter-Skillung der CD-R-Wert ganz, ganz wichtig und deswegen nehmen wir das modifizierte Captainset mit. Wenn ihr dann später genügend Gier habt, könnt ihr das sogar austauschen gegen ein Reise der weißen Set. Bedeutet, dass es wäre theoretisch möglich, mit dem Set auch Atem des Todes Farm-Set einzubauen und dann habt ihr hier eine relativ gute ADT-Farm-Skillung. Für Qual 16 funktioniert es nur dann, wenn ihr auch wirklich ein sehr, sehr gutes Gier habt. Also da farmt ihr dann halt einfach auf 14 oder 15, aber durch das Atem-Set kommen hier eh mehr ADTs raus. Also das funktioniert dann soweit ganz gut, aber erst, wie schon gesagt, wenn ihr ein bisschen Paragon und ein bisschen Gier auf jeden Fall mit dem Start habt. Die Halskette wäre dann noch ganz wichtig, weil mehr Damage und dann natürlich die dementsprechenden Ringe. Also Brunkring benötigt ihr, damit beide Sets aktiv werden können. Wir nutzen dann noch einen Urteilsring und eine Zusammenkunft der Elemente. Zusammenkunft der Elemente könnte man gegebenenfalls vielleicht gegen eine Einheit austauschen, wenn es zähigkeitstechnisch, wenn ihr alleine spielt und wenn es zähigkeitstechnisch wirklich zu kritisch werdet, könnt ihr das auch auf den Begleiter ableiten, könnte man sich überlegen. Dann schwarzer Tod für mehr Damage, die Schulterpanzer und wie schon gesagt, dem königlichen Prunkring, um das Ganze hier auch ein bisschen abzurunden. Wenn man jetzt mal auf die Talente schaut, was wir hier haben, Knochenrüstumverrenkung, Verschlingen mit der Aura, weil es halt einfach gemütlicher ist. Gegebenenfalls könntet ihr es sonst gegen Kannibalistisch austauschen, dann müsst ihr das aber auch wirklich selber immer wieder klicken, damit das aktiv ist. Die blutigen Pfade mit sterblichen Überreste haben wir hier noch dabei. Die Kadaver landet sich hier auf der Giftruhne, deswegen auch Gift überall rauf, wo man Gift drauf geben kann, damit sich das hier ein bisschen besser aufteilt. Knochenspeer und Land der Toten. Passiver ganz klar, einmal Einzelgänger, das Nap-Talent, das ist sehr sehr wichtig, weil es passiert öfter mal, dass man einen härteren Hit kassieren. Blutis macht und Rigomordis für noch ein bisschen mehr Speed. Ja, das war es mal. Wie gesagt, es ist ein bisschen mühselig, bin ich ganz ehrlich. Also je mehr, jeder Paragon-Punkt wirkt sich halt dann sehr stark auch auf eure Skillung aus. Das werden die ein oder anderen kennen, welche den Neko spielen und dann könnt ihr damit Gas geben. Ist jetzt nicht so schlecht wie vielleicht in den letzten Seasons, aber es ist auf jeden Fall ein bisschen kniffliger. Ja, vor allem für die, die Hardcore spielen, das ist noch ein dicker kniffliger. Ich werde euch da noch einblenden, den modifizierten Ratma, denn Lon-Ratma wird natürlich auch in Season 18 wieder ein großes Thema werden. Führt halt kein Weg vorbei, vor allem nicht, wenn ihr Paragon machen möchtet. Ja, Freunde, das war es jetzt. Ich hoffe, ihr euch ist soweit alles klar. Wenn nicht, ab dann mit den Fragen, ab dann mit den Kommentaren. Und jetzt wünsche ich euch wie immer viel Glück, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Amen. Amen. Amen.